Ich habe mich vorbereitet auf heute, ja? Heute wird geil. Und heute muss auch geil sein, weil ich erkläre auch gleich, warum heute geil sein muss. Das erkläre ich mit Stamper Sky schon mal ausführlich. Folgendes. Ich komme zu dir. Wir haben einiges auf Platte, ne? Ich habe eben schon das weiße Papier gezeigt. Hier ist das weiße Papier der Macht. Das ist eigentlich voll geschrieben, aber mein Licht ist so hell. Oh shit, hier ist einer gegen den neben mir. Mein Licht ist so hell, man sieht es nicht. Ich habe uns einen Plan geschrieben, wie wir heute vorangehen wollen. Boah, ist der stark. Das hier sind die Mobs aus dem allerersten. Guck mal, wie oft ich angreifen muss. Also Sven, du willst das Moonvale spielen, ne? Lass uns das holen, oder? Können wir, ja. Du, mein Sau, da ist so schwierig zu treffen, ey. Oh, lecker, der in Damage. Oh, nice. So geht es. Aber du siehst, wie stark der ist, ne? Du siehst es jetzt, ja doch, der ist schon stark. Wie lang wir jetzt haben wir gehabt haben. Guck mal, sogar die normalen Billo-Mobs brauchen jetzt schon zwei Schläge. Gut. Dann wäre jetzt mein Vorschlag. Wir gehen zum Magma Lindwurm. Lassen uns jetzt mal ordentlich Volley nehmen. Mal dann. Weil, den müssen wir halt machen, ne? Wenn wir... Ja. Geltunnel hintereingang und go. Ja. Wenn wir deinen Moonvale haben wollen, müssen wir das machen. So. Da wäre jetzt normalerweise der Alexander. Aber der ist ja schon dort. Der ist schon dort. So. Alright. Ich gucke mal gerade, was bei der Medizin sagt. Ob ich da noch irgendwas reinmachen kann. Stärkeschub. Verbessert aufgeladene Angriffe kurzfristig. Was haben wir denn hier? Das ist ein guter... Ausdauerschub. Na, das, was immer so drin mit ist. Hast du... Ich bin auch nochmal gerade an der Gnade gerastet. Ja. Stärkeschub und Ausdauerschub. Ja, okay. Ähm. Hast du ein Siegel? Weil dann... Es macht Sinn, dass wir uns gleich noch Buffs holen. Ein Siegel? Fingersiegel. Ja, schon klar. Äh. Ja, zwei sogar. Ich hab auch ein Siegel und Fingersiegel. Ich hab auch ein Fingersiegel. Eventuell macht es Sinn, dass wir uns gleich noch Flamme gibt mehr Kraft holen. Aber lasst er... Also je nachdem, wie assi der wird. Na. Ja, jetzt kann ich noch nicht rein. Ich muss kurz zur Verfügung. Ich mach den kommt, der Mensch, ne? Das ist mit meiner normalen Angriffen. Mach ich halt wirklich fast gar nix. Ich mach den... ey, das ist gar nix. Das ist einfach, wenn ich das Feuer da reinlaufe. Ähm, mach ich halt den Fexler. Boah, ich hab ihn gestagert. Das bringt doch nix, der brennt. Das war's. Ich mach nur Jump Effects und ich hab sehr viel Voice-off drin mit meiner Waffe. Boah. Ich bin tot. Du, ich sag so wie es ist, ich weiß, ich muss jedenfalls alleine schaffen. Ey. Die Dings-Trinke machen ja auch kaum was. Lauf zum Kotzen, Jacqueline. Eigentlich ist der gar nicht so schwer zu bespielen, oder? Boah, kommt doch mal an. Ja, man muss halt vorsichtig spielen. So, das ist der gar die alte Sau. Dann BAM. Hab ich ihn jetzt nicht erwischt. Hab ich ihn jetzt wieder nicht erwischt. Ja, deshalb, weil ich sag, normale Angriffe treffen ihn irgendwie. Ich muss die ganze Zeit beim blutigen Knüpp machen. Der macht dann halt auch mit vielen Ecken mehr Schaden. Boah, Alter. Der zieht sein Schwert so an sich ran. Aber ich glaub, den können wir schaffen, oder? Ja, ich denk auch. Das ist schade, ich sehe jetzt. Warum updatet der sich jetzt nicht? Das verstehe ich nicht. Der Death-Counter. Kann ich dir nicht sagen. So, was ich jetzt auf jeden Fall noch mache, ich mache die Flaschenverteilung. Ich brauche keine Dings. Keine Mana. Mana-Flaschen. So. Weiß noch nicht, ob ich es soll so machen, oder? Wieso ist denn das andere stärker, als das da? Verstehe ich jetzt nicht. Here we go. Was muss man denn essen? Zack, zack, zack. Oh, genau. Oh, Mann, der kommt's ja clean. Aber da gibt es nicht. Das ist ein One-Hit-Iblich-Jedes-Mal. Ja, die ist verrückt hier. Da habe ich keine Chance. Die ist verrückt. Soll ich mich einfach sterben lassen, wenn du so ein Zuge in der Zeit hast? Wie du willst. Ich bin jetzt nicht so confident in der Landschaft. Ja, während der aufsteht, kannst du den anderen streiten. Das ist auch so. Oh, ich bin jetzt nicht so schön, Mann. Ich bin jetzt Zega-Jedes-Mal. Ja. Ach, Mann, ich hab doch wohl. Ich merk's natürlich, dass wir jetzt für den immer noch underleveled sind, ne? Hm. Ja, das wollte ich. Ich hab auch, glaub ich, viel mehr Punkte in Leben geschnitten, als ich. Ich hab auch, glaub ich, viel mehr Punkte in Leben geschnitten, als ich. Ich hab extra schon eine andere Rüstung angezogen, aber da hat mir scheint nicht viel aus. Ich hab auch, glaub ich, viel mehr Punkte in Leben geschnitten, als ich nicht mehr in Leben geschnitten, als ich nicht mehr in Leben geschnitten, als ich nicht mehr in Leben geschnitten habe. Ich hab auch, glaub ich, viel mehr in Leben geschnitten, als ich nicht mehr in Leben geschnitten habe. Boah, da geh ich schon fänden. Kein Drang möchte, aber einfach nicht ab. Na, scheiße. Okay, 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 okay. Schön, ne? Ja. Oder auch nicht schön. Puh, also, wir sind jetzt beide zweimal gestorben. Können wir hin. Ja, aber ich glaub auch, dass wir ihn hinkriegen. Ich bin da zuversichtlich. Ich möchte nur noch gerade... Gib mir noch gerade eine Sekunde, wie ich den Deathcounter noch einmal... Hier mal gerade was. Also hinsetzen müssen wir eh, ne? Ja, wir kriegen sonst Debuffs. Hinsetzen müssen wir uns eh. Okay. Ey. Mal gerade gucken, ob ich da was hab. Scheiße. Irgendwie... Irgendwie ist hier trotzdem noch der Wurm drin, ne? So. Oh, das mach ich jetzt mal noch. Genau. Clever. Ich hab mal das Feuerresistenz-Talisman-Ding rein gemacht. Oh ja. Das ist wirklich clever. Okay. So. Wir machen das. ein-Ding. Okay. 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 gehst du schon rein ich warte auf dich ok gut ich bin nämlich nur gerade am schauen ob der deathcounter jetzt funktioniert weil der schreibt einfach nicht auf die datei es ist doch was machst du denn da der deathcounter geht halt nicht ich gehe da jetzt rein alles was ging geht jetzt plötzlich nicht so ich komme rein wie ein flammender held macht das war für mich meine arzt der zu der warum kotzt du denn genau dahin wie ich schieße ihn doch ja ich habe gerade geschlagen jetzt ging er mehr sobald ich meine l2 gedrückt hat lädt er auf und schlägt und während er auflädt kann ich nicht ausweichen ja heute ist doch sowieso du hast den ganzen letzten ... was du mit der Passage ändern kannst. Stimmt. Vielleicht kommst du einfach mit dem guten Geschnitt dazu. Ja, aber du hast gesagt, das sogar. Ja, da ist nicht meine Attacke tatsächlich so. Ah, fuck. Boah, du Sau ey. Nachdem ich mir zwei Trinken reingekomme. Genau. ich habe eben passendes bild gesehen da war so typische eldenring dinger immer so gifs und so gefasst und da war halt einer der hat halten so ein animiertes bild gezeichnet wo dann quasi so ein kleines männchen war so schemenhaft dargestellt kennst du diese diese eldenring videos mit diesem kleinen knubbeligen vieh ja so genau so ähnlich so ähnlich dann siehst du halt wie er stirbt und der gegner hat noch so 12 hp gefühlt und dann geht er ganz stolz wieder rein und sagt so second try easy peasy und beim second try siehst dann wie er stirbt und hat einfach noch volle hp was ist so typisch ne warte mal ich glaube ich kann helden anziehen ja kann ich habe noch mittlerer ich hab mich selbst gebufft so keiner zum loser wurm ja ich war noch gar nicht da ich musste warten ihn fress ich jetzt noch besser was ich zuerst schön achtung achtung ich baller ihn jetzt aber ich dachte ich will was verpasst ja 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 deswegen spelt es an der ist auch nicht gefallen was du Ich kann immer nix machen. Ah, jetzt geht's wieder. Und dann? Boah. Oh, kalt weggekommen. Fix-Attacke. Oh, fuck. Es dreht sich von mir zu dir auf. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Du kannst es nicht angreifen. Sehr schön. Die können wieder damagen. Achtung, er macht ein Spinner-Road. Oh, ja. Ich war wieder voll. LOL. Du lebst noch, oder? Ja, aber ich habe nicht mehr zu meilen. Wir haben ihn gestackert. LOL, irgendetwas hat mich gekillt. Die Lava. Nein, er läuft wieder. Ja, er läuft wieder. Unser Ziel muss sein, dass wir beide zu zweit nicht lang überleben. Weil, dann haben wir den. Ich finde den eigentlich gar nicht so schwer zu fighten. Ja, ja. Der hat halt unendlich viel geblieben. Das ist sehr viel. Ich nehme den Klub an, da. Ich gucke jetzt mal gerade was. Das ist nicht so schwer. Ach. Am 11. haben wir gleich. Mann, ist der gerade sehr schön. Aber der wird sich lohnen, ey. Danach gehen wir so den kleinen Moon Whale aufleveln. Moon Shire, zu Deutsch. Das ist ein mega geiles... ...dummes Hammer. Scheiße. Also ich habe gerade mal geguckt, der ist wach gegen Standardangriff, Strike, Pierce und Sleep. Okay, Pierce. Negation or Absorptions, Magic, Fire, Lightning, Holy. Holy? Mach ich tatsächlich. Ja, 40, 40, also der hat einen Wert von 40, den er negatet. Ah, warte mal. Negation Numbers are the percent of damage that get blocked. Ah ja, 40% damage blockt der von Holy. 40% blockt er von Holy. Oh, warte mal. Bestialische Schlinge hätten wir noch. Schleudert schnelle, scharfe Steinsplitter. Brauchst du noch irgendeine... ...irgendeine Asche von mir? Wilde Schläge oder so? Du wolltest doch letztens die ganze Zeit wilde Schläge haben. Ich guck mal, was ich für eine Art reinmache. Ich muss mal auf jeden Fall eine andere rein. Kriegs-Arte auf das Uchigatana. Und für alle die, die sich jetzt wundern, oh, wo ist der Deathcounter hin? Ich hab den jetzt gerade schnell ausgemacht, weil er halt einfach nicht mehr... ...man hat es nicht mehr gesehen. Da brauchen wir dann auch keinen Deathcounter machen, so. Okay, weil ich glaube, ich ziehe auch... Ne, ein Feuer-Talisman brauche ich nicht anziehen. Oh Gott, ich guck jetzt mal, was das da für eine Dings ist. Weiß ich nämlich nicht mehr so viel. Stärkteilige Anwürfe. Hey, das kann man auch probieren, weil ich... Ich soll ja angeblich gut sein gegen ihn. Probier doch mal damit. Ist zwar auch so eine Ladeattacke, aber... ...ich hab gerade noch nichts Gutes sonst. Ja, ich setze das auch einfach mal in den zweiten Talis mal. Komm, wir gehen rein. Ich gehe mal schon mal ran hier. Ansonsten müssen wir vielleicht noch ein bisschen leveln oder so. Ja, keine Ahnung. Ach, okay, krass. Wieso habe ich denn jetzt die schwere Rolle? Was ist das denn? Ich gehe mal gerade kurz ein bisschen weg aus dem Treib. Extra Talisman. Weiß. Nein, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Nein. Ich dachte, er schießt, aber er geht. Achtung, mach die AC-Attacke. Mach AC! Aber auf jeden Fall jetzt mehr Damagers eben. Ja, das ist sehr schön. Achtung, ich bitte, ich bitte. Nein, 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 mach, mach. Oh, okay, wir haben ein Leben zurückbekommen wegen meinem Talisman. Für die Grips. Also, dass mich am besten die Tür zu machen. Ach, AC-Attacke. Ja, aber der läuft wieder. Achtung, 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 er läuft. Ich glaube, er läuft wie die Wand, der ihn tut. Ja, aber die Beine machen die Tür zu wenig. Das ist ein scheiß Entwurf. Okay, so kriegen wir den. Schön, vorsichtig, wunderschön. Ja, ich hab jetzt gerade ein Problem, er hab mich da gecached in der Laber, denn was da ist. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Nein, 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 bin dabei. Ne, jetzt noch mal. Hast du eine AC-Attacke? Ja. Das hast du echt verweckt, Alter. Vorsicht, der swingt. Boah, ist schön nass, Digga. Ich hol mir den, dann kriegen wir den Schlägen wieder. Junge. Oh, fuck, deine Seite. Ja, 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 ja. Oh, ich komm mit raus, er hält mich fest, ich bin tot. Scheiße. Scheiße. Aber eigentlich genau so, wie du jetzt von Setup warst, war es sehr gut. Fuck, okay, ah. Ja, 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 ja. Nein, ich stand im Feuer. Das muss auch keinem erzählen. Die AC-Attacke. Oh, ich bin gewollt. Das ist ja. Genau, hier hab ich immer Angst vor, weil er dann nämlich immer Angst hat, um zu laufen. Die alte Wandern-Nutte. Die das mag. Ja, klasse. Ich schreib die Tode wenigstens hier auf dem Blatt Papier mit. Dann guck ich das letzte Mal, bevor wir wieder streamen, dass das dann nicht endet. Ich guck's mal, weil ich noch hier so machen kann. Ja, ich glaub, wenn wir den Dings nicht reingemacht hätten, hätten wir schon. Den was? Den Harder-Koop-Scheiß. Dann wär er schon tot, ja. Ja, glaub ich auch. Warte, ich guck mal grad, ob ich eine andere Asche holen kann. Was die noch so kann, das glaube ich weiß nicht, was ich noch hab. Was ist denn? Sturmstampfer eiserner Wille. Ich glaub, die bringen nix so. Zumindest was. Heilige Klinge. Was ist denn heilige Klinge? Machen wir mal heilige Klinge. Was kann denn heilige Klinge? Hm. Sieht so auf Range ganz gut aus, wa? Mal probieren. Ich weiß nicht, ob da eine Range drin ist. Aber ich hab auf jeden Fall jetzt Heilig-Schaden auf dem Schwert auch. Auch wenn das bleibt so. Okay. Mehr Damage ist mehr Damage, ne? Warum nicht? Probier jetzt mal, ob das auf die Entfernung auch geht. Ja. Ja, schreit so. Macht aber nicht viel Damage anscheinend. Ich schaue ihm wieder eins aufs Maul. Gegen den macht nix viel Damage. Der ist übel, der ist übel-tanky. Das ist für uns aktuell. Ah, frisst halt sau viel, äh. Boah, 200 Damage. Nächstes Mal sag ich eins. Ja, der frisst halt sauf ihm Mana. Ja. Geht er? Nee, geht nicht. Das ist nicht so. Boah, der hat uns beide erwischt. Mist. Da ist die Attacke. Boah, der hat genau so geschickt. Geil. Nein. Da sehe ich ja mal nicht von hinten. Das ist so schrecklich. Die heilige Klinge drauf machst, dann macht er weniger damage. oh nein, 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 nein! Boah! Sehr stark. Hau noch rein, hau noch rein. Jetzt. Sehr schön. Half-Life haben wollen. Er spuckt doch nicht, der Bastard. Jacqueline, hör auf zu kotzen. Achtung, also die Attacke. Das ist so nix, der Bastard. Lass uns ja also ohne machen, dass es bei einem der einen ankotzt. Da ist doch bei uns in Trier, da hast du doch schon mal von Kottmau gekriegt. Boah, Mann, ist das ein Arsch. Na ja, der ist so riesig. Weil er halt noch damage macht mit seinen Schritten. So klingt man nieder. So klingt man nieder. So klingt man nieder. Schöne. So klingt man ja so leicht. Geht gar nicht so weit, ne? Ne, nein, nein. Latscht. Ich hab mein Fuß voll in die Lave gerannt, Alter. Das ist dumm. Ich hab zwei Träger. Ich hab keinen mehr. Ich will jetzt aufzulatschen. Alter, das ist schlimm, Alter. Der gibt sich gar nicht. Nee, der hat ja voll den Mann da dran, Alter. Und jetzt noch mal... Aber ich hab hier schon mein Leben gemacht, weil sie uns in die Lave gerannt haben. Wer ist denn mit dem Korn? Der fällt mir nicht mehr auf. Ich würde dich mal freuen, wenn die Lazy Attack gemacht hat. Nee, ich würde mich doch nicht freuen. Hör auf. Boah, Bruder. Jo. Keiner mehr. Aber jetzt hat er sich wohl jetzt ein bisschen... ...ein bisschen clean. Also, Spinneroni. Boah. Boah, schau. Mein Plan hat funktioniert, mein Plan hat funktioniert. Boah. Jetzt bin ich mich auch wieder voll, Alter. Ich hab auf, dass dein nächstes Schlag stackt. Das war nämlich mein Plan, sonst fähre ich nämlich verweckt. Boah, das ist nämlich die Strecke. Scheiße. Boah, ich zieh dran. Boah, tot. Oh, das war ein guter Try. Ich fand das war ein guter Try. Jedenfall. Jetzt haben wir auch eine Strategie. Ich glaube, deine heilige Klinge kannst du wegpacken. Ja. Ich guck mal, was ich noch so kann. Okay, meine Rüstung ist ja tatsächlich besser. Ja, meine Rüstung ist schon besser, weil ich meinen kann. Entweder mache ich eiserne Wille oder goldene Ruhe. Mach mal eiserne Wille, mal gucken, was da sind. Was der macht. Alright, dann lass ich's mal reingehen. Warte mal, für goldene Schwur kann ich hier ein Deutsch dropen, ne? Achso, ich kann das auch selber auf dem Deutsch machen. So ist das nett. Ja, aber ich hab den halt. Und ich hab der goldene Schwur eh auf meiner Waffe. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, dann kann ich auch mal beides warten. Ich mach da grad schnell. Wo ist er hier? Wie geht das jetzt nochmal? Ja, warte, ich mach da grad schon mal mehr. Alles gut. Ach, du hast alles? Ja, ja, ich hab alles da. Okay. Ich muss nur gucken, dass ich grad hier. Vielleicht eine große Axt. Ich hab dann keine große Rolle, nix. Alles klar. Vielleicht eine große Axt. So, von mir aus können wir mal. Warte mal kurz. So, goldene Schwur reingezwiebelt. Dingen reingezwiebelt. Ich bin nicht mehr schade. Saft reingezwiebelt. Und ab. Mal gucken, was da drin ist. Ich trinke so noch Uchi-Bär-Safen. Das ist gut. Das ist gut. Ich hab jetzt keine Ahnung, was dieser eiserne Hülle ist. Scheinlich eher defensiver. Boah, Alter. Ey, kommst hier rein. Der ist auf Wandertag. Er ist einfach auf Wandertag. Was hat der für Wandertag? Hör jetzt auf. Boah, Alter. Kommst hier rein. Das riech ich doch mal jetzt. Ey, wirklich. Mein ganzer Tiefel, mein ganzer Maff ist gleich weg. Ich bin tot. Oh, ja. Du bist ein dummes Sau. Uuh. Der hat, der gibt es schon immer noch nicht. Ups. Ich schwöre dir, es ist das schlimmste, was ich dir noch machen kann. So, mein Monster ist leer. Wir sind jetzt fünfmal verreckt an dem jeweils. Nicht mehr. Ja, es waren nur fünf Trice. Also eigentlich ist ja noch alles drin. Ich mach jetzt doch mal noch das, was ich eben gedacht hab, was ich probieren will. Auch wenn es schwachsinnig ist, aber ich mach das jetzt. Und wir können halt noch Flamme, gib mir Kraft suchen, ne? Warte, wir machen jetzt mal einen Try und dann. Here we go. Der alte Wanderer. Wander-Wooder-Juggy. Er hat mich erwischt. Er wandert wieder. Das ist es. Boah, wieso? Lass mich doch in Ruhe, du Penner, ey. Wieso sprintet meiner den jetzt nicht? Er hört nicht auf zu latschen. Das ist eine dumme Sau. So, jetzt lass ich es dir nicht sagen. Das ist die Asi-Attacke. Das ist mir tot. Boah. Das ist ein Stacker. Das war so lang auch, ähm, ja, das war jetzt gerade, weil ich gewechselt hatte. Das war so lang auch. Schöne Rolle. Ich halte das jetzt auch nur so schwer, weil wir einfach bei einem nicht für uns vorgesehenen Fein drin sind. Okay, du machst das schon mal kapaziert. Schöne Rolle. Schöne Rolle. Ja. Okay, neuer Plan. Um. 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 wir das jetzt mal. Scheiße. Was ist das? Weißt du, ich würde jetzt so gerne meinen Chatverlauf zeigen, ne? Also wegen meiner kommen wir direkt ran. Ja, los. Unser Chatverlauf, Leute, war nämlich ungefähr so. Also. Der Plan für heute Abend ist. Wir machen den Magmal in Ruhe, damit du dann Moonvale hast. Und dann habe ich einen Plan, wie wir an neun, dunkel Schmiedesteine kommen. Genau. Und danach macht man Godric und eigentlich direkt danach, äh, Relana, Canala, und einen von den beiden Nachwissenschaften. Welcher Wert ist nochmal für Stankern zuständig? Den Kreuz. Ich weiß nicht, wer auf Deutsch ist. Was? Alter im Gespräch. Ja, aber den finde ich. Tatsächlich. Ich kann ihn nicht tritten. Der liegt in seiner Vorzeit. Also jetzt. Ich kann ihn nicht trinken. Sauber. Boah, ich glaube mein Plan geht. Es ist ein schwerer Angriff. Es ist auf jeden Fall ein schwerer Angriff. Naja. Ja, und dann. Das Horn dreht sich jetzt? Ja. Wer hat er nicht. Aber mittlerweile kenne ich den Unterschied zwischen den Tren und dem anderen. so lange er sich empfandert so spät leben aber noch mal ja sehr schön ich will das wer hilft es denn was der ist so lange ist der nicht angreifen boah jetzt hat er das in mir nicht 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 das war nicht mehr zu niedrig, das ist die Nier. Jetzt schießt er, steht halt für einer Wotze rum, jetzt können wir eigentlich... Achtung! Boah, wie gut da! Stagger lieb, jawoll, es reicht mal, jawoll! Boah, jetzt für die beiden zuverlässig ist der ganze Station geil zu spielen, so. Weil es müsste schon mal mittlerweile wissen, ob er wieder... ...damage kriegen kann, ne, weil... Oh, scheiße, die haben doch fast... ...die auch verkackt. Okay, jetzt bin ich nur ein bisschen in seinem Arsch, was. Boah, schon wieder vom Kopf, scheiße. Ich hab doch gerollt, Mensch. Mach die asiatisch. Ja, ich bin tot. Ich hab Rollen gedrückt, aber ich war noch in meiner Attacke. Ich war noch... Ja, doch, die fliehen aber so. Vielleicht musst du auch noch den Talisman der Assassinen da einnehmen. Dann wechseln wir in Smart mit den Trids. Dann wechseln wir in Smart mit den Trids. Jetzt die Attacke. Ich weiß gleich mal, welche Waffe von mir am meisten Haltungsschaden macht. Aber ich glaub, die da war schon gar nicht schlecht. Aber ich find tatsächlich, ne, meine Waffe macht so mitm harten Schlag mehr Schaden als bei den Krippen. Das können wir natürlich auch machen. Und das Ding beim Krippen ist da wahrscheinlich wenigstens so mein Leben wieder aufrufen. Aber wenn ich gut schiebe, dann... Und der läuft nicht drum. Das wollen wir nicht dauernd. Es ist dauernd kritten können, sonst läuft dann der Kopf. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, was meine Kriegshasche da ist gefasst hat. Das ist total blödsinn, wenn man so ein Stampf aufboden. Oh, ich schieße gleich noch mal aus. Ich hab's voll zügig da. Ich hab's voll zügig da. So, geil wie ich so. Das ist die hier. Ja. Der weischt ja sogar. Ich weiß. Und da lag natürlich nur so ein kleines bisschen dreckst. Aber... Ah, klar. So, jetzt guck ich mal, wo man den Haltungs-Schaden sehen kann. Ich hab den nämlich eben nicht gefunden. Schaffen wir den unter 10 Tries? Ist die Frage. Die haben wir doch schon lang, oder? Ne, sieben. Sieben, mein Freund. Mich ärgert es immer noch, dass das mit diesen Einstellungen bei mir so richtig kacke war heute. Einstellungen? Dass den Spielstand zerschossen hat. Ach so. Das hat so viel Zeit gekostet, wir hätten so viel geilen Progress machen können. So, wo steht das jetzt? Haltungs-Schaden? Ja. Keine Ahnung. Aber meine Waffe ist auch eine Stichwaffe zum Beispiel. Die Frage ist, welche Attacke von mir ist schlicht. Gleichgewicht, Entdeckung? Ja, Gleichgewicht macht Sinn, ja. Ja, das ist aber bei mir. Ja. Aber das, das ist auf jeden Fall den Schaden, den du bei denen machst. Ich kann es dir nicht sagen. Ne, Gleichgewicht ist ja mein Gleichgewicht. Ja, ich weiß. Aber du bringst, mit dem Poise Damage, bringst du dir aus dem Gleichgewicht. Ich weiß, was ich jetzt noch mache. Ich lerne jetzt noch einen Zauber. Here we go, ich kann jetzt einmal Steine schmeißen. Da ist doch plötzlich nicht ein Ziegel ausgebildet oder was auch. Haltungs-Schaden! Alter, wieso bin ich denn tot bei einem Meep? Unter der Klinge macht er mehr da nicht. Guck mal, was ich schon denn damage gemacht habe. Ich suche jetzt den Weg nicht so oft. Ich glaube, Schläge auf dem Kopf bringen mehr Halt. Ja, ja, deswegen stehe ich dem noch die ganze Zeit vor der Flässerung. Alter, diese Lava, Mann. Ich schwöre dir, das war die richtige Entscheidung, die Harder-Koop-Mode zu installieren. Einmal kurz rasten. Ich habe dieses richtige Gefühl, der ich will. Der muss jetzt sterben, weißt du, wie ich meine? Naja. Und ich weigere mich auch, leveln zu gehen. So, wir hauen dem jetzt schön in die Fresse. Auf die Fresse. Achtung. Er zieht sich. Er zieht sich. Er zieht sich. Er latscht. Er marscht. Er marscht. Er ist. Er ist. Er ist. Ich bin. Er ist. Sack, Ali! Komm, wir hauen noch mal zu. So, guck mal, ich habe ja die 3.000. Ich habe einen Larch. Ich brauche einen Arsch. Ich schätze, ich habe einen Larch. Ich habe noch 2 Flasks. So, guck mal. So, guck mal. Oh, mein Gott. Asiatiker. Sehr schön durch. Achtung, Asiatiker. Sehr schön. Der ist ganz allein in Zülle da. Ich möchte es finden. Ja. Ich habe es aber nicht geschafft auch. Asiatiker. Ich habe noch einen von Drills. Sehr schön. Jetzt... Ich bin der. Ich bin der. Ich bin der. Ich bin der. Oh, das ballistic. 이걸. und dann wird der Ultra beschließen so, den halt müsste ich nicht in vorne machen guck mal wir machen den immer über 1000 ohne Crit ja das soll jetzt ein Shigak geben los hier ist die Attacke jetzt sind wir zuhören jetzt ist das schon ein Ding so jetzt jetzt kann ich nur das classy so lange jetzt ist das das ist das Email das ist das Das ist genau aber das ist eine coole sache ich mache jetzt mal noch mein links wieder rein hier moment und dann mache ich noch mal die flachen verteilung anders so machen wir das dann nämlich mal so dann hier mal gucken hat noch die normale rolle sehr gut ich mache mehr kritischen schaden und der hat eine gute resistenz gegen heilig sagst du ja 40 das gibt mehr also hat gegen was anderes hat 100 gut klar feuer magie blitz und heilig 40 und feuer 100 gegen gift wäre zum beispiel gut ich habe ich eben benutzt davon feile da hat tatsächlich viel schaden gemacht aber ich habe halt keine ich probiere mein schwert aus vielleicht ist das besser vielleicht bin ich auch damit aber so ein bisschen schneller auch aber auch 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 Und ich bin tot, weil er mich in Feuer geschlossen hat, der wohin wird. Deiner vergissener Bastard. So meine Damen und Herren, das war der entziehende Tod für uns. Ein anderes Boss. Der wievielte? Der zehnte. Was ist jetzt? Was soll denn? Was ist denn jetzt? Ich werde nicht respawnen. Ich bin bei ECD. Was ist denn das denn? Jetzt aber. Also ich glaube, das Schwertergetreuen kann ich getreu stecken lassen. Das wird nichts sein. Das ist nichts. Also damit will ich die ganze Zeit tatsächlich machen, ne? Weil ich werde ja getreuen. Mhm. Nicht mit deinem Uchigata, ne? Ne. So lange nicht mehr. Ja. Ja, aber die Helebarde ist einfach besser. Die Goldene. Und da ich die halt zweihändig führen kann. Ich habe mich mit dem Fallschott ran getroffen. Ich habe mich mit dem Fallschott ran getroffen. Ah. Guck mal. So, komm her du kleiner Scheiße. Scheiße. Erlatscht. Wenn das nicht machen würde, würde er so viel annehmen. Was ist das eigentlich? Jetzt macht er Assi. Hau rein. So, Achtung, er macht sich was. Wird wieder latschen. Naja. Jetzt müssen wir die anbisschen. Äh, Gefahrungslauf. Schießt, oder? Ne, die latschen. Hier die Ecke. Ja, hier die Ecke ist gut. Okay, jetzt passt er nicht. Achtung, Assi. Dann kam es halt schon. Achtung. Er tut ein Schleuder. Er bräuchte nicht aus der Distanz, aber sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr schön gelutscht. Ich hab sogar gehofft zu sein. Ja. Vorsicht mit der Lava da. Bei dir. Erlatscht, erlatscht, erlatscht. Hast du auch noch alle Tränke? Nee. Ich hab ja noch alle. Nee, ich hab noch ne mehr. Versuch, versuch. Jetzt hab ich ja auch nicht mehr. Mingelding. Ich bin so Gottfroh, dass er über den Schlag steht. Lecker. Jawoll. Jetzt aber weiter. Boah, ich kann das gut. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ich hab's so geahnt. Ja, ich konnte nicht mehr weg. Ich hab's so geahnt. Ja, ich konnte nicht mehr weg. Schön ausbrechen. Wer latscht? Wängel die Ding, 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 Ding. Ja, äh. Halt es hier, wann er hat Wander-Wander-Tag, du. Schieß sie doch. Nein. Ich muss gucken, wo ich langlaufen kann. In der Latsch darfst du den nicht anvisieren. Das ist ganz schlimm. Okay, jetzt kommt es dann schon. Gut, dass ich... Und Stagger! Asi-Attacke, Asi-Attacke! Jetzt haben wir gestaggert. Achtung, kurz aufschauen. Achtung, er steckt. Er erwischt mich hier. Ich geh extra zurück. Wird wieder drehen, oder? Nee, Asi-Attacke, Asi-Attacke! Ich bin tot. Scheiße! Ich bin ganz knapp zu früh gerollt. Und dann kann ich mit meinem Freund. Sondern hier, Asi-Attacke! Ich bin sehr knapp zu früh! Ich glaube allein noch ein bisschen zu kümmern. Oh. Achtung! Achtung! Boah, Alter. Let's move on. Ich hab' gerollt, ich hab' glaube ich keine Ausdauer mehr. Hätte ich noch nicht gesehen in dem Fight, dann hätte ich echt geglaubt, dass wir das schaffen. Boah, der ist bockschwer, ne? Ohne aufgewertete Waffen. Meine Waffe ist wenigstens doch Platz 1. Habe ich überhaupt Schmiedesteine noch? Warte, ich probiere mal, ich könnte glaube ich sogar noch einmal das Schwerte aufhören. Ich kann von hier aus gar nicht teleportieren. Ah, jetzt. Ja, aber okay. Na komm, wir gehen noch einmal rein, fertig ist. Okay. Ne, komm, dann gehen wir einmal. Ich geh einmal kurz raus und dann gucke ich, ob ich aufwärten kann. Ach ne, ich hab' gar keine Runen, vergiss es, komm. Ist das Pain, Alter. Ey, wir müssen da jetzt durch, ne? Wir müssen uns da jetzt durchbeißen einfach. Das einzige, was ich jetzt noch vorschlagen könnte, wäre, Flamme gibt mir Kraft zu holen. Ja. Meinst du, das macht einen Unterschied? Ist halt noch mal ein Waffen. Der ist aus der Klappe. Ja. Der ist aus der Klappe. Ja. Ja. Ja voll. Über 1000 ist mir gut. Geht's beinahe nicht. Pro Gamer. Wie geht's? Boah, yes. Ja, der lässt sich auf jeden Fall schneller, als der ganze Weile da rein würde. Ich nehm' Abstand. Abstand. Er dreht sich. Schön. 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 Asiatacke. Schon so dicht. Schon panisch. Hab' ich auch mal erwischt. Oh ja. So. Wie viel Leben hat der in Vanilla? Wenn wir hier gerade... Wir machen hier pro Rotation 2000 Damage. Ich bin tot. Länger! Oh ne, diesmal net. Oh, tot. Schade. Boah, die Deathcounter. Wenn ich diesmal aktualisiert anzeige, die werden zu hoch sein. Aber danach wird erstmal wieder alles einfacher sein. Warte kurz. Ich hab' gerade... ...wie so ne Milchkuh gesoffen. Kennst du auf Instagram? Das ist ein Account von den Leuten, die... ...die irgendwie so... ...videos aufnehmen. Wie sie irgendwas essen. Wie sie was essen. Wie sie raushaben. Und... ...und... 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 ...ich glaub' alleine. Ich bin echt toll an. Asiatal. Mega. Boah, sehr schön. Sehr schön. Er kotzt wieder, oder? Was hat er vor? Asiatal. Scheiße. Jetzt kommt's. Er dreht sich hier. Echt? Ich kann seine Petters 100% besser sein. Schön, dass der. Guck und hättest du jetzt. Sattest, dass er sie in Talisman gehen würde. Jetzt würde ich da voll ein... ...und... ...wee ich dringend. Beide seien kostenlos. Und ab und zu einem Kanal. Das ist mir aber lieber als Large. Aber, also, wenn man ihn verankopiert hat. Okay, das macht er. Das macht er. Ich mach' mit Sicherheit zusammen. Der dreht sich immer an. Large. Jetzt ist er. Jetzt ist er zackertar weit. War sauberer Sticker. So. Das ist nochmal schlecht. So weit. Stecker! Noch ein Schlag, komm! Oh fuck, jetzt hat er mich so richtig. Jetzt aber. BAM! Sehr schön. Ja, ich habe es gesehen, aber ich war am schlagen. Das hat mich aber auch nicht. Hast du gedreht sich? Ja, ich konnte nicht, ich habe gerade den Schlag zu Ende gemacht, der nächste Schlag hätten gestackt, siehst du? Ich sage, ich werde gestackern. Scheiße. Okay, also ich muss jetzt so ungefähr fünfmal stackern, tut mir die Daumen. Ich bin auch nicht froh, dass er in die Lava-Kaffee gehört hat. Wie sieht denn dein Schwerer Kieb aus? Ja, bei mir sind so drei schwere Hiebes-Stacker-Tieb. Wenn wir das mal jetzt gleich verlieren, dann mache ich den Vorschlag. Das ist doch nicht so schön. Das ist wichtig. Das ist doch nicht so schön. Das war's für heute. Ja, ich glaube, dass wir hier eigentlich drei von diesen Schlägenfleckern sind. Und jetzt müsst ihr den nächsten Schlägen machen. Ah, ich hab's gebrochen. Ja, dann sind wir hier mehr. Boah. Ja. Achtung, quasi. Jawohl. Jawohl. Was ist das? Ich bin ein Chines. Was ist das? Was ist das? Ich bin ein Banker. Nein. Ich bin ein Banker. Nein. Was ist denn die Lava jetzt gehen, pass kurz auf jetzt? Jawoll, Riegel! Sehr schön! Oh mein Gott! Da ist das Ding! Aber nie Gnade mit dir! Gott sei Dank! Ich nehm noch grad hier die Boden mit! Ja, ich muss meinen auch gleich aufheben! Bei mir sind der jetzt ein paar! Ja, du kriegst jetzt die 26k! Oh, ist das nice! Oh, war das jetzt gut! Das war der 13. Versuch! So schlecht fand ich das nicht! Wir waren unterleveltes Fuck! Du bist wieder da, oder? Ja, gleich! Okay! Ja, okay! Top! Ich kann jetzt sogar Stufen aufstehen! Ach du heilige Maria, Muttergottes, Mr. Beagle! Was denn? Oh Gott! Was denn? Ich bin ein Vollhorst Sondergleichen! Erzähl's mir! Ich hatte die ganze Zeit keinen Bock meinen Deathcounter zu aktualisieren, weil es mir einfach zu blöd war heute! Ich hatte echt keinen Nerven dafür, ne? Mhm! Ähm, ich hab noch nicht mal auf Play gedrückt! Stream's grad gar nicht! Nö! Ach, Scheiße! Ich hab noch nicht mal auf Sendung gehen gedrückt! Ich guck die ganze Zeit immer rechts auf mein Bild, aber meins mir wäre aufgefallen, dass der Chatbalken rechts nicht da ist! Oh Mann, ey! Noch kannst du online kommen! Oder sind wir dann schon fertig? Ja! Noch könnte ich online kommen, ja! Aber, äh... Trotzdem hab ich jetzt schon vergessen! So, das hab ich mir fast gedacht, dass da... Das ist scheiße! Was denn? Genau den, den ich nicht gelevelt hab, brauch ich für das... Moonvale! Drecksspiel! Okay, lassen sie das mal hier raus, oder? Das ist das Moonvale! Mhm! Das ist länger als ein Uchigatana, oder? Mhm! Okay! Ich glaub, der Kampf an sich ist ein eigenes YouTube-Video! Also Leute! Für die, die auf YouTube bis jetzt dabei waren, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt! Freunde, auf die nächste Folge von Coop Elden Ring! Jetzt wird's noch härter! Jesse und James sind zurück! Und hauen uns aufs Maul! Bis zum nächsten Mal!